hallo liebe zuschauer vom maranatha kanal es gibt sehr viele prophetien über das was in der zukunft geschehen soll meistens frage ich mich ob ich das glauben kann was dort vorausgesagt wird jedoch bei dieser prophetie die ich gerne mit euch teilen möchte bin ich mir sicher dass sie von gott ist in dem jahr 1968 hatte eine 90 jahre alte christin aus waldres in norwegen eine beeindruckende prophezeiung der evangelist emmanuel minus leitete zu der zeit unweit ihres wohnortes gottesdienste er traf sich damals mit ihr persönlich und schrieb ihre prophetie auf jedoch schien ihm damals die vision schwer einzuordnen und so hielt er sie circa 30 jahre lang in seiner schublade verwahrt bevor er 1998 sie veröffentlichte und hier ist was sie sah ich sah die zeit kurz bevor jesus kommt und der dritte weltkrieg bricht aus ich sah die ereignisse mit meinen natürlichen augen ich sah die welt wie eine art globus ich sah europa ein land nach dem anderen ich sah norwegen ich sah gewisse szenen die stattfinden werden unmittelbar bevor jesus wiederkommt und kurz bevor das letzte unglück stattfindet ein unglück wie wir es noch nie zuvor erlebt haben bevor jesus wiederkommt und kurz bevor der dritte weltkrieg ausbricht wird es eine entspannung geben wie wir sie nie zuvor gehabt haben es wird friede sein unter den großmächten in ost und west und es wird ein langer friede sein in dieser friedensperiode wird in vielen ländern abrüstung stattfinden auch in norwegen und wir werden nicht vorbereitet sein wenn es losgeht der dritte weltkrieg wird auf eine weise beginnen die niemand erwartet hat und von unerwarteter seite unter den christen wird eine laue haltung ohne gleichen entstehen ein abfall vom wahren lebendigen christentum die christen werden nicht offen sein für betroffen machende verkündigungen sie wollen nicht wie früher über sünde und gnade gesetz und evangelium buße und besserung hören stattdessen kommt ein ersatz das wohlstandsevangelium alles wird sich darum drehen erfolgt zu haben etwas darzustellen es wird um materielle güter gehen dinge die gott uns niemals auf diese weise versprochen hat gebetshäuser und freikirchliche gemeindehäuser werden immer leerer werden statt der verkündigungen die wir durch generationen hindurch gewohnt waren zum beispiel sein kreuz auf sich nehmen und jesus nachzufolgen wird unterhaltung kunst kultur die kirchen und bethäuser kapellen erobern und dort wo erweckung not und bußversammlungen stattfinden sollten das wird in starkem maße so sein kurz bevor jesus wiederkommt es wird einen moralischen verfall geben wie ihn das alte norwegen so nie zuvor erlebt hat die leute werden in wilden ehen zusammen leben große unreinheit vor der ehe und viel untreu in der ehe wird ganz natürlich sein und man wird es auf alle mögliche weise entschuldigen dies wird sich sogar in die christlichen kreise einschleichen und wir hätscheln dass auch das wieder natürliche sünde die homosexualität kurz bevor jesus wiederkommt wird es fernsehsendung geben wie es sie nie zuvor gegeben hat das fernsehen wird von grausamer gewalt erfüllt sein so dass die menschen lernen zu morden und sich gegenseitig zu zerstören und man wird sich auf unseren straßen unsicher fühlen die leute werden das nachahmen was sie sehen wir werden fürchterliche szenen von mord und gegenseitiger zerstörung sehen und das wird sich in der ganzen gesellschaft ausbreiten auch szenen der körperlichen gemeinschaft in der ehe werden im fernsehen gezeigt das intimste geschehen in der ehe wird auf einem bildschirm erscheinen es wird so geschehen es wird so geschehen alles was wir früher hatten wird abgerissen werden und das unanständigste wird in uns wird unseren augen gezeigt werden menschen aus armen ländern werden nach europa strömen sie werden auch nach skandinavien kommen und norwegen es werden so viele sein dass die leute negativ über sie denken und sie hart behandeln werden sie werden behandelt werden wie die juden vor dem kriege dann wird das maß unserer sünden erreicht sein ich kriege das nicht mehr zu sehen aber du wirst es zu sehen bekommen dann plötzlich kommt jesus wieder und der dritte weltkrieg bricht aus es wird ein kurzer krieg sein alles was ihr an krieg vorher gesehen habe ist das reinste spiel im verhältnis zu diesem krieg und er endet mit einer atombombe die luft wird so verunreinigt sein dass man nicht atmen kann er wird über mehrere kontinente kommen amerika japan australien und die reichen länder europa das wasser wird verdorben sein wir werden den boden nicht mehr bearbeiten können das resultat wird sein dass nur ein rest übrig bleibt und der rest aus den reichen ländern wird versuchen in die armen länder zu ziehen aber die werden ebenso hart uns gegenüber sein wie wir zu ihnen waren ich bin so froh dass ich das nicht mehr zu sehen bekomme aber wenn die zeit sich naht musst du den mut fassen und es sagen ich habe es von gott empfangen nichts von all dem allen ist im gegensatz zu dem was die bibel sagt aber derjenige dem seine sünde vergeben ist und der jesus als herrn und erlöser hat ist geborgen diese vision ist realität geworden denn sie beschreibt genau die zeit in der wir leben lediglich der letzte teil der des ausbruchs des dritten weltkriegs und die wiederkunft jesu ist noch offen jesus sagt ich bin das licht der welt wer mir nachfolgt wird nicht mehr in der finsternis umher ehren sondern wird das licht des lebens haben johannes 8 vers 12 wenn auch du licht in dieser dunklen zeit brauchst dann öffne noch heute dein herz für jesus christus und nimm ihn als deinen herrn und erlöser an das ist die wichtigste entscheidung deines lebens damit setzt du dein vertrauen auf den der himmel und erde erschaffen hat und der alles unter kontrolle hat jesus christus stillt deine sehnsucht nach geborgenheit nur er gibt dir frieden in dein herz wie in die welt nicht geben kann heute und auch in zukunft gottes segen wünscht euch das maranata team